Ahoi Leute und willkommen zum nächsten Part von Borderlands mit Kishi, Fischi und mir. Wir sind jetzt immer noch in Arad Hills, glaube ich hieß die Map. Und ähm, wir sind immer so gut wie tot. Moment, da oben ist einer, oben ist einer. Pass auf, pass auf, Kishi, pass auf. Ich habe gerade erst mal ein Mikrofon umgestellt mitten im Part, weil das mir gerade auf den Sack ging. Ich habe ihn nicht getroffen. Was? Das gefällt dir nicht? Habe ich ihn jetzt getroffen oder warst du das? Ich habe nicht geschossen, von daher warst du das. Die Fässer explodieren die Gegend, das sollte man auch machen. Neben haben wir so eine klare Art Dress. So, erstmal gucken, dass ich hier schon das Blut finde, bevor ich hier lassen helfe. Danke. Ich bin hier nur der Nutzer des Sniper. Ich bin hier nur der Nutzer des Sniper. Ich bin gefallen. Danke für deine Hilfe, Sniper. Ich bin auch tot. Jetzt, ja. Was hätt ich sonst machen sollen? Mehr schießen. Von hinten snipen, ohne zu looten. Ja, looten ist wichtiger. Ich habe nochmal zwei Waffen. Eine Pistole und eine LMG. LMG? Leck mein Genital? Leichtes Maschinengewehr. So. Also eine Sturmgewehr eigentlich. Aber ich glaube, hier ist das LMG gelistet. Bist du offensierst zu schießen? Ich kriege Erfahrungsmose, wenn ich die Töte mit meiner Sniper. Also jedenfalls habe ich die Kritte unten mit einer Sniper zugeschaut. Man hat meine Waffe gerade schon wieder nicht gesehen, was mir extrem auf Eier geht. Wieso habe ich jetzt plötzlich zwei Sniper ausgewählt? Nein, habe ich nicht. Hä? Hab ich behindert? Ah, ich habe noch einen Punkt. Seh nicht. Ah, ja. Können wir mal machen. Ich habe ihn durchgemerkt. Oh nein, Psycho! Schnell hat er. Schnell hat er. Schnell hat er. Ah, ja. Dann brauchen wir den Monster. Neben mir ist was explodiert. Oh, ich bin gefallen. Treff ich nicht. Ich habe ihn nicht gekillt. Tritt ihn. Was? Der hat doch gelebt? Ja, ich hab... Der hat doch gelebt. Ich habe auch aufgehört, auf mich zu schießen, weil ich dachte, der wäre schon tot. War das noch nicht. Ich habe auch aufgehört, auf mich zu schießen, weil ich dachte, du willst ihn haben. Ich hatte gedacht, der wäre tot, deshalb hatte ich aufgehört zu schießen. Ja, same hier. Bin schon wieder down übrigens. Bin ja gelevelled. Ich bin schon heilt. Ich versuch's gerade. Au. Auf mich wird von rechts geschlossen. Und du lebst wieder. Ich hab keine hohe Kümmer für die Schlepper. Fuck. Der Pille war. Cool aber. So, ich bin nochmal geladelt. Dann war ich nochmal mehr Erfahrung, glaube ich. Oder? Nee, du musst das Blatt bringen weg. Du hast echt ganz geiler Skill. Und... Ja. Ich bin gefallen. Ich sitz einfach in Deckung und heil dich. Seifel. Einikett? Einikett. Uh, Wexter, du kleiner Padler. Was macht ihr denn? Halt! Lass das nicht. Guck. Du schuess. Oh, Mad Kid. Oh, geht wieder. Hier ist ein Raketenwerfer, die du stolz sein möchtest. Hier liegt ein Rifle, falls irgendwer einen möchte. Ein Sniper? Ne, kein Sniper. Wo ist der Raketenwerfer? Dahinten. Du hast ein geiler... auch ein geiler Schild. Hast du dann direkt benutzt? Ähm. Hi. Du bist ja einer. Du bist ja süß. Ich kann den nicht aufheben. Irgendwas wegwerfen. Verkaufst du nie deine Sachen Kirschi? Selten. Wann denn das letzte Mal? Ich konnte auch. Nie. In diesem Gebiet war ne? In diesem Gebiet am Anfang? Aber da hab ich nichts verkauft. Ich auch nicht. Wir müssen jetzt erstmal nach da rechts. Ich hab übrigens keine Ahnung wie meine Soundqualität grad ist. Verdammt. Ja, das ist klar, ne? Ja, ich mein... Ich hab ja auch... Ich hab keine Ahnung, ich mein... Moment, 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 Moment. Das wollte ich machen. Das kann ich irgendwie besser als du. Nein, kannst du nicht. Du hast das erste Mal daneben geschossen mit einem Neifer. Ja. Ja. Äh, ne, äh, äh. Heul doch nicht rum. Mein Sniper ist aber irgendwie für'n Arsch. Ich bin richtig in ihm genau. Ja. 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 Fack, 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 fack. Danke. Stopping. Wiese Wichser. Passt schon. Ja. Gerade dabei. Bin tot. Wenn man schießt die Raketen nach uns. Ja. Freddy, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Bin auch respawned. Wär schon. Ich hab übrigens etwas weniger Geld, weil ich mir zwei Speicher-Updates gekauft habe. Munitions-Updates für die SMG, äh, ne, für die LMG und die, ähm, Snapper. Freddy, du als Sniper solltest vielleicht auch weiter hinten bleiben und auf die snipen. Ja, was bringt mir das? Wo ist der Typ mit den Raketen? Joa, dann brauchst du nur vernünftiger Sniper. Hä? Du schießt schon wieder was mit Raketen. Das ist der Schläger. Welcher ist'n das? Der Schläger da hinten. Wo? Hier. Den ich grad kalt gemacht hab. Hab ihn getötet. K.S. Na ja, ist aber froh, du kriegst dadurch 3%, 3% mehr Dings. Äh. Der hat einen Raketenwerfer verloren. Oh mein Gott, Shotgun-Munition. Der ziemlich scheiße ist. Klingt denn nochmal Shotgun, oder ist das ne Waffe? Irgendein Waffen, äh, Dings, Explosions-Granaten-Kit, denke ich jetzt mal ist das. So, hier haben wir den, das Sniper-Rifle-Gehäuse. Das ist um grad unsere Quest, wir müssen grad eins zu her suchen, dann kriegen wir ne Sniper, die wahrscheinlich nicht so gut ist, aber egal. Und hier haben wir den Lauf. Ah, Shotgun. Da liegt einer. Höre Schüsse? Die Teile werden auch nicht genau markiert, glaub ich, sondern nur etwa, wo sie sein könnten, deshalb muss man hier so ein bisschen suchen. Visier. Und hier oben ist dann das letzte Teil, das ist dann der Griff. So, dann haben wir die Quest auch geschafft. Und... Ähm... Ich hab'n kleinen Osmani-Kinder. Stimmt, die kann man sich auch Osmani-Kinds kaufen, die man auf dem Fahrrad hat. Äh, dann haben wir noch, äh, Todeskreis-Runde 2. Die wird man noch nicht schaffen, weil wir erst Level 13 sind. Moment, Moment, das war die falsche Kreis. Äh, ich war grad hier, äh, von Moe & Marley. Bitte, du Level 12. Ja. Und hier hinten geht's dann, glaub ich, in der Hauptquest weiter. Aber hier oben ist erstmal noch eine Waffenkiste, die ich schon mal aufmache, um zu gucken, was da drin ist. Da haben wir eine Shotgun, die... Shotgun-Shells, die ich brauche. Hier unten liegen auch noch Shotgun-Shells. Wow. Okay, die hat weniger Schaden, als meine aktuelle, äh... Wie man keine SMG findet, alter. Ahah. Ich werf ne andere von mir dafür weg. Ja, wir haben jetzt entweder die ähm, die, äh, die, äh, die Möglichkeit, dass wir jetzt hier reingehen und die Hauptquest weiter führen und aufm Rückweg Moe & Marley machen und wir machen jetzt Moe & Marley. Wie, wie lange haben wir noch? Gewurscht. Elf Minuten 5. Dann würde ich sagen, wir machen die Hauptquest, oder? Ja, takk. und die ist sowieso für unser Level jetzt im Ziel und mal die Stolz mehr Spieler absteckt Gegner der Gegner bessere Beute Gigi kommt und ich will ich trinke seit einer Aufnahme das bisher sind mit was laufend ist drumherum stehen ja was auch geschickt das ist der gut gemacht hier ja das war meine Schuld ich habe sie gesehen fuck stimmt ich habe mich nicht gesehen das war lustig und der Shotgun Kred ich darf mich übrigens nicht neben einem Explosionsfass wieder sichtbar machen ich darf mich übrigens nicht neben einem Explosionsfass wieder sichtbar machen dann kriege ich siebenhundert pro tausend Schaden bin gefallen Kirschi du bist der Typ der in den A-Kampf gehen soll ja die sind Level 15 hier ich weiß ich bin tot äh wie wärs mich heilen freddy 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 ich bin nicht wieder gefallen hey wo ist der asi wo ist er Ja, deswegen weiß ich ja nicht. Ne, es wirkt von seinem Arsch. Ja, deswegen. Oh mein Gott, hier fehlt Schlapperarmor. Ernsthaft. Dieser Scheiß-Schläger. Kennst du nicht sterben, Kirschi? Kennst du Schläger, die plötzlich irgendwie total offen sind, kurzzeitig? Muss ich da ein bisschen abfacken damit. Der Todeschreiber-Break war grad ziemlich ekelhaft. Mit so was? Nur sich grad anhört, wie so ein, wie so ein, wie so ein, wie so ein, als würdest du so ein mehr Schweigen zerrücken. Braucht jemand der Medikin? Nein, nicht so, als würdest du schreiten dabei. Da muss ich gleich dem Crap-Crap helfen. Nein. Wir kriegen dafür aber ein Speicher-Update. Weiß nicht, was schwer das wert ist. Wo ist der Penne? Oh je. Alter. Klärt. Könnt grad nicht heilen. Danke. Monat Kirschi. Tut mir endlich leid. Hier liegt übrigens ein blauer Granaten-Mod. Ja, nimmt mal die Quest da unten und dann hol ich das Teil, was wir brauchen. Welche Quest da unten? Von Claptrap. Einfach da runter gehen und dann ist da so ein Claptrap. Okay. Und das Teil liegt hier oben. Oh, hier liegt Blut. Ohne Ende. Ja. Ja. Hattest du wieder eine Periode? Keine Asche. Ich füße an denen. Einfach nach hinten laufen. Ich bin tot. Alter, ich bin auch gefallen. Ich bin schon wieder tot. Ich bin übrigens auch gefallen. Der One-Hit hat mich. Nice. Ja, mich auch. Meine Stärke. Ich kann dich heilen. Oh, du überlegst. Hier ist eine Waffenkiste. Hallo Claptrap. Ja, wir helfen dir, kleiner Schwunzlitscher. Ja, wir helfen dir, kleiner Schwunzlitscher. Ähm, eine Shotgun und eine SMG. Oh ja, endlich mal eine SMG. Hoffentlich die blaue. Ja, das ist natürlich eine Shotgun. Ficker. Boah, ist die nice. Aber die ist Level 15. Oh. Nimmst du sie mit? Ja, klar. Okay. Und die Shotgun? Red mal mit den Pisser. Hm? Müssen wir das nur aktivieren. Scheiß, wie ich. Ja, Inventar habt ihr ein bisschen aktivieren. Dann habt ihr ein größtes Inventar. Ähm. Der ist ziemlich viel wert. Wo ist denn der? Ach, da. Bitte halt die Fris. Du hast gerade eine weggeworfen. Ja, die ist scheiße. Hier sind zwei Shotguns für Kirchi. Zwei nice Shotguns. Hm? Zwei nice Shotguns für dich. Boah, der ist ja genauso nervig. So, jetzt seid wo? Seid ihr? Ja. Das seid ihr? Wie lang haben wir noch? Die hat wenig Schaden. 5 Minuten, 32. Doch, zu wenig Schaden. Ja, wird noch schlecht ein bisschen beeilen. Find sich nicht. Kommen wir hier wieder raus? Hier ist der Boss halt gleich. Äh. Äh. Noch eine kleine Pisser, ey. Ich bin einfach gestorben. Rein in deinem Psychopath, alter. Ich zum Glück nicht. Einer Wechsel. Ich treffe mich grad nicht. Was soll nicht so betreffen? Gottwig. Tot. Wie ist die Ulte da? Wegen dem Wichser? Na gut, ich bin gefallen. Aber schon! Die ganze Ulte. Schau, wir haben den. Schreck den Wichser! Schreck den Topf raus. Hauptsache erstmal 6000 mal Kritten ey. Der wagt bei mir voll rum. Oh ja, er ist eingefroren. Hm, schade. So schlecht? Ja, schade. So. Nur mal kurz den Schärfen. Piss off. Piss off. Ja, ich. Okay, schreck. So, hier ist noch eine Wicher-Lebstahlsfluren. Eine Waffenkiste. Mit einer Shotgun und einer Shotgun. Alter, wie viele Shotguns man hier verliegt? Das ist ja schon mal eine Explosiv-Shotgun, nice. Die sind extrem nice, Kirschi. Zumindest in Borderlands 2. Was ist das hier? Und die hier hat auch weniger Schaden. Die ist auch nicht besonders viel wert, aber die Explosiv-Shotgun nehme ich mal mit. Ja. Will ich mit denen. Der hier. Da muss auch noch mal eine Waffenkiste. Die kommt hier aus dem Netz. Oh, Pistolen. Du hast ja eine Explosiv-Waffe gefunden. Du hast ja eine Explosiv-Waffe gefunden. Dann können beim Aufbau explodieren und massiven Schaden anrichten. Äh, wo ist das? Warte, grad weniger FPS. Was ist da oben in der Waffenkiste? Ja. Äh, vier Pistolen. Oh. Level 15, schade. Weil ein lila ist. Jetzt aber, wenn ich jetzt mal gucke, was das hier ist. Und das ist eine. Fuck, bin runtergefallen. Alter, einen Revolver, den nehme ich mit. Weil Revolver ist voll geil. Sind die anderen nice? Oh, Level 16, scheiße. Äh, die sind... Äh, tot. Level 15. Hör Level 10. Also die haben Explosiv-2, die beiden. Meine hat aber... Kannst du die mitnehmen? Ja. Ja, dann bringen wir mit der eine mit. Ähm... Wo bist denn du? Unten schon. Yes. Sollst du Level 10er haben, die du benutzen kannst, oder die... Ist die Explosiv? Beide sind Explosiv. Ja, dann bringen einfach beide mit. Äh... Kirschi, komm rein, komm rein. Ja. Das ist... Nahkämpfer, denk dran. Ich sitz hier oben drauf. Hier, hier ist das, da unten. Ja. Oh, das war doch. Ja. Ja. Ich hab' gefallen. Das ist zu lächerlich, der aus dem Hut, das Tode hält es hier. Glaub' ich. Ja. Hallo. Ich glaube, ich sollte meinen Skill nicht so viel zum Reinrennen nehmen, sondern zum Rausrennen. Alter. Fuck. Dieser Pizzer, Alter. Fuck that shit. Ich muss so gut, wie keinem schlaut. Ja, ich kann auch kaum Schaden mit der Schaden. Das ist eigentlich ziemlich guter. Kann mir jemand helfen? Ja. Ich bin tot. Ich wollte Kirche gerade heilen, dann merke ich, dass ich nachlade. Boah, war das knapp. Ich habe ihn auseinander gepflückt. Ich habe ihn einfach auseinander gepflückt. Der Kampf hier vorwärts war zum Glück nicht schwer. Ich habe keine SMG-Munition mehr. Kann mir gehen heilen, ne? Nein, ich habe keinerlei Munition mehr, Digga. Ich habe keinerlei Munition mehr. Ich habe kaum noch Munition. Ich kann nicht rein. Okay, dann machen das Kirche nicht. Ich gehe doch nicht ohne Munition da rein. Ja, was willst du das machen? Weg rein? Ja, mir ein Munitionsding holen. Boah. Jetzt habe ich wieder Munition. Ich ziehe mal ein bisschen Akku. Au, fuck, was war das denn? Schaden. Arschvoll. Ich gehe direkt ins Gesicht. Der rasende Psychopath ist ja ein bisschen hart. Das ist der Schildgegner. Ich schieße ihn ins Mull. Ich auch, ich krit ihn. Ich bin tot. Ich weiß nicht, wo du euch. Ich lege auch schon auf den Boden. Dann erschießt ein paar von den kleinen Kirschi hier. Dann kommen wir durch rum. Komm, 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 komm. Nein! Kirschi! Fuck. Ich wurde weggeboxt. Ich konnte nichts machen. Ja, schön happens. Ich komme zu euch. Ja, mir tot. Fuck. Hab aber einen kleinen Zwerg. Kirschi, fast. I'm coming. Ich bin erstmal getarnt weg. Okay, der Typ wirft Granaten. Kirschi hat dich. Komm mal her, komm mal her zu mir. Komm mal her zu mir. Oh, fuck. Ich hab grad Ulti. Ich versuch grad, die einzusetzen. Ich werf die ganze Zeit Granaten auf dem. Der wirft Granaten. Du musst ihm ins Gesicht schlagen. Na, ich bin gefallen. Ich hab Maramaco. Ich muss ihm halt direkt in die Fresse schließen. mit meinen letzten Schüssen. Äh, ich hab Agro. Ich hab Agro. Freddy, heal ihn. Heal ihn, heal ihn, heal ihn. Ich versuch, den Typ ein bisschen abzuhalten. Ah, jetzt habt ihr wieder Agro. Ja, danke. Ich schau einfach neben ihm. Danke. Wie auch immer er das jetzt gerade gemacht hat. Hat er mir wieder gefallen? Hab ihn fast. Ich muss nachladen. Bloodwing, mach doch was. Äh, ich bin übrigens tot. Hab ihn gekillt. Ich bin auch tot. Also, ich bin zumindest am Boden. Ja, ich steig, dass du tot bist. Ja. Sag doch was. Und der Part ist zu Ende. Der Part ist genau jetzt zu Ende. Da hat er was Timing. Äh, hast du mir. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao. Tschüss. Haut rein, tschüss. Tschüss. Tschüss.